und die Leute ich bin es wieder der Fäckchen willkommen zu einer Folge von Supermops mit dem schießen Eheihe und das ist wird jetzt eine neue Folge Stapfel was auch immer und um ich werde hier alle Kids und wir sind nicht von einem Team wahrscheinlich werden hier einfach alle oder ich werde alle Kids durchspielen also einmal spielen und mein Ziel ist es halt ja mit jedem Kid sozusagen einmal zu gewinnen ja viel Spaß ja und ich hätte das Spiel noch nie gespielt und bin total scheiße und das war mein Leben das war mein Leben das war mein Leben nein, nein, nein oh juckei fuck ich bin da ich bin da ich bin klar, Moment mal muss sogar was klären da bin ich wieder weißt du überhaupt wie das Spiel geht ne ich bin runtergefallen also das sollte man nicht machen komm wie krass ich bin siehst du ne ich guck dir nicht zu ich schieße einfach ein bisschen drauf und ich wusste ach du bist da unten er sich hat einen Shotgun wenn du ganz lange aufziehst hast du auch eine pass auf hinter dir ist ne ist ein blaze danke ich bin tot hab ich gar nicht mit ahaha wir sind oder verkündet ach so ja gewohnheit das ist immer noch schwierig aber ich hätte auch einfach drin bleiben können oder so das ist echt so ups kommt 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 geht ich bin ich bin ich bin grad nicht gut dabei eigentlich ich hab noch drei Leben mein teammate hat noch vier Leben läuft ist das ich dachte ich sterbe ich dachte du bist schon tot ich bin nur da Ja, wahrscheinlich reitet da irgendwer immer drauf. Nice. Nur noch der gelbe. Ich weiß aber nicht, was das ist. Was der Squid oder der Creeper war. Ah, der Squid, okay. Hier versucht er reinzugehen. Nice. Wow, ich bin einfach runtergesprungen. Je gut. Okay, wir haben gewonnen. Grüße, scheiße. Nee, sind wir nicht. Wir haben direkt gewonnen. Das war's mit der ersten Runde. Ich denke, ich werde nochmal versuchen, mit Tim in ein Team zu kommen. Und wenn das klappt, könnt ihr uns beim Fällen oder beim Gewinnen gucken. Bis gleich. Also, ihr könnt ihr beim Fällen gucken und den Flexi beim Gewinnen. Bis gleich. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö. Ich komme, ich gehe wieder zur Valve, ne? Lobby. Äh, äh. Mach das. Kommst du auch? Hä? Kommst du auch? Wohin? Das ist aber elf. Bin ich. Achso, okay. Okay, gut. Ach, nee, gar nicht. Ja. Mit dir zusammenspielen. Dann lass es einfach da reingehen. Welches Team bist du? Oh, Mist. Warte, warte, komm, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Okay, jetzt sind wir beide ein Team. Wir sind ein Team. So, finde ich. Jetzt sind wir ein Team. Äh, ja, ich weiß. Ja, gut. Ach, ja, 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 ja. Ich habe jetzt nur das Geld gekauft, Marius. Juck. Okay. Viel Spaß damit. Ist das gut? Ich würde mir was auskaufen, aber, komm mal, man kann mit spielen. Yo, Leute, da bin ich wieder in der zweiten Runde. Mech! Mit dem, der hat sich gerade Wither Skelett gekauft. Ich schieße trotzdem noch mit dem... Oh, hier ist ja direkt ein Squid. Squid, lo. Squiddy, 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 Squiddy. Oh, Leute, keine Witherköpfe. Oh, shit. Da oben ist ein Zombie und ich mag Zombies nicht. Hä? Ach, falscher Hotkey. Ich bin der erste, der gestorben ist. Hab einen gekillt. Okay. Ich schieße mal auf den Enderman da oben. Was auch? Ach, okay, das bist nicht du. Nein, ich bin dauernd. Oh, da weiß ich. Ich hatte so ein Überleg, hab da einfach irgendwo hingeschossen und hab damit eingeggelt. Ich kann mal kurz zu dir. Zack. Ah, fail. Und du kannst dich auch zu... Also, du kannst dann auch der werden, ne? Wie denn? Ich weiß aber nicht, wie. Ich hab das noch nie gespielt. Ich bin dauernd. Ich wär einfach zu scheißen im Spiel. Aus woher... Kit gefällt mir. Boom. Mir gefällt das, äh, Pick-Kit. Ah, Schweine-Kit. Oder das Chicken auf jeden Fall. Du hast einfach so ne kleine Hitbox, ne? Dann können dich einfach fast Null treffen. Ah, pass auf. Ich... Ich helf dir. Hab ein Ding reingehauen, mal. Na, das warst du. Ups. Ich hör mir den Annamen. Mach das. Wenn er nicht so wie ne Pussy wegrennt. Ich hör mir deine Mutter. Und nicht mehr deine. Yo, geil. Ich hab keine Mutter. Ich hab zwei Väter. Jo, geil. Hol ich mir deinen Vater. Ich hör mir wieder den Annamen. Oder versuch... Ich bin schon wieder dauernd. Ich hab noch zwei Leben. Oh, dieser Ije ins Epic. Das ist der. Hat auf jeden Fall noch drei Leben. Und das muss sich auf jeden Fall mehr ändern. Ich glaub, das ist der Zombie. Hab den Zombie gerade einmal getötet. Ich lass die da hinten mal halbwegs fighten. Okay, ich hab schon mal den Enderman kurz gekillt. Ich hab ihn getrackt. Ich bin grad hart am strugglen. Vor allem, weil ich mich kratzen muss. Okay, nur noch wir gegen die beiden. Was auch, dass der... Play safe. Ich kämpfe auf jeden Fall grad noch gegen ihn. Ich bin down. Zombie. Fuck. Da muss ich jetzt beide einfach killen. Ja, das Geld ist stark, ne? Was? Das Geld ist stark, oder? Ja, alles ist stark, wenn du damit spielen kannst. Und rip. Shit. Okay, das war's mit den zwei Runden. Ich hab's auf jeden Fall am Anfang geschafft, einmal zu gewinnen. Und... Lass doch noch eine Runde machen. Das heißt ja auch. Dann... Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.